So, willkommen zurück zu einer weiteren Episode Let's Play Ioni! Ja, wo bin ich denn als eigentlich zuletzt stehen geblieben? Will ich mich erstmal wieder zurechtfinden, was hier eigentlich... Wow! Das fängt schon mal wieder gut an. Warum ist er schon wieder da drin? Da war doch schon vorhin da drin. Warum ist er schon wieder da drin? Er hätte jetzt eigentlich nicht drin sein sollen, aber er war drin. Warum war er da drin? Er hätte eigentlich nicht drin sein sollen, weil er eigentlich schon vorhin da drin war. Warum ist er jetzt da drin? Warum hört er mir dann wieder nach? Ich glaube, ich muss da rein. Hier war ich doch irgendwann mal drin, oder? Hier war ich doch schon, glaube ich. Genau, das war die, die ich gefragt habe, ob sie mitkommen will. Ja, was ist denn hier jetzt los? Stuhl schieben oder was weiß ich noch? Ach, äh... War hier... Irgendwie, ähm... Wohin? Ne... Hä? War ich irgendwie in den Schrank, oder? Was ist denn das? Da ist was auf dem Schrank und ich habe es nicht gesehen. Ich glaube das nicht. Die Lösung war sozusagen genau vor meiner Nase. Mhhh... Schön. Okay. Fahrzeugbenzin. Cool. Okay. So... So... Fahrzeug... Fahrzeug... Es geht nicht an. Mhhh... Ich wollte eigentlich zusammen... Und jetzt... Jep. Ja, aber was kommt jetzt? Ach stimmt ja, es geht raus. Hm. Hm. Auch nicht. Was kann ich denn mit der Tür machen? Irgendwas muss hier doch gut sein. Kann ich da vielleicht irgendwas mitmachen? Teller-Scherbe? Nee. Geht nicht. Vollzeug abfackeln! Yay! Nein, geht auch nicht. Ui! Türknauf! Gegenstand Türknauf! Aha! 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 Pff! Hm. Für alle Fälle. Man weiß es ja nicht. Hä? Wofür kann ich jetzt einen Türknauf gebrauchen? Woah! Woah! Hä? Oh, oh, oh! Boing! Türknauf, Türknauf, Türknauf. Ich brauche einen Türknauf. Aber wofür? Hier kann er jetzt nicht rauskommen. Die Türen habe ich... Hä? Gibt es hier vielleicht irgendwas? Äh, nein, hier komme ich nicht hin. Was ist denn das? Hä? Irgendwas ist merkwürdig an dieser Tapete. Aha! 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 Sag mal! Nein! Vielleicht kann ich die Tapete... Hö! Ach, mir schwitzen die Hände scheiße! Vielleicht kann ich die Tapete irgendwie abmachen oder... was weiß ich... Abfackeln? Nein. Nee. Ja. Wie finde ich die Tapete merkwürdig? Welche Tapete ist das? Nicht. Tellerscherbe? Ich werde nicht mehr, Tatsache. Kein Türknauf. So kann ich die Tür nicht aufmachen. Ich gucke wohl. Okay. Ich freue mich hier wie ein kleines Kind, Mann. Oh, schade. Wenn man in so einem Spiel Fortschritt macht. Mir kommt es nämlich doch reichlich schwierig vor. Nanu? Nanu? Was ist denn jetzt los? Hallo? Komisch. Leider. Mach ich mal an? Ah, okay. Oh, nee, oder? Geht's auch nicht, dass das Vieh... ...hier irgendwo... ...dann mich plötzlich anfällt? Oh, nee. Das kann ich überhaupt nicht ab. Uh, Geheimgang. Cool. Katze! Natürlich. Aha. Aha. Cool, das ging ja schnell. So, ich speichere erst mal, bevor das Ding herkommt. Kann ich erst mal gucken? Nö, hier ist nichts. Gut. Nö, ist das hier ein Gefängnis oder irgendwas? Was ist denn das? Ja, ein dem Kettelschlüssel. Toll. Ihhh! Ihhh! Das hätte ich eigentlich ahnen müssen. Okay. Mein Fehler. Ich habe ja gespeichert zum Blick. Das hätte ich ahnen müssen, Mann. Okay. Nochmal. Das noch mal. Mach mal zu. Oder? Oh, zu. Kann ich nicht zuschließen? Aha. Wenn ich nicht zuschließen kann, dann kann ich das wieder... Oh, die Tür öffnen. Oder wie? Oder was? Ja, weg von der Tür. Bleib weg von der Tür. Bleib weg. Nein. Nein. Bleib. Okay. Jikes! Bleib draußen. Bleib so. Komm schon jetzt rein. Bleib draußen. Ja. Da lauert mir drauf. Ich bleib hier drin. Ich bleib hier drin. Ich bleib hier drin. Mein... Oh, Mann! Och, Mann! Och, Mann! Ich werde nicht raus. Ich werde nicht raus. Ah, gut. Das scheint weg zu sein. Aha. Kellerschlüssel. Hä? Ich speichere erst mal. Das kann nichts Gutes sein. Das kann nichts Gutes sein. Das war doch bestimmt... Wie heißt die Mika oder was weiß ich. Oh, nee. Oh, nee. Was macht denn die anderen? Oh, die Augen! Nicht Augen! Der Blick! Der Blick! Alter, es geht... Was war das für ein Blick? Oh, ho, ho, ho. Okay, weg. Ich will nicht wissen, was der für kranke Fantasien hat, als der mich so angeguckt hat. Brrrr. Gott, das ist immer so... Oh, shit! Jetzt hat mir das Vieh echt Angst gemacht. Oh, je. Oh, nee, oder? 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 Sie ist tot. Warum ist sie tot? Na gut, wegen dem Ding. Oh, warum hat das Ding hier angefangen? Na, ganz toll. Hehe. Ich krieg davon nie genug. Hehe. Ah. Tja, was jetzt? Tot ist er. Wird's runter in den Keller, oder wie, oder was? Na gut. Speichere mal. Boah, mir geht der Blick nicht mehr aus. Das ist ja... Ekelhaft. Was denn hier? Komm ich da nicht ran? Ah! Okay, den still muss ich da wohl hinbekommen. Ach nee, warte mal. Ich glaub, hier im Zimmer ist auch was drin. Wenn ich jetzt auf den Schrank hochgucke. Flattert. Flattert? Flattert? Mhm. Ah, Moment mal. Vielleicht so was wie... Ist das... Das ist vielleicht ein flacher Kopfschmerzen hier, oder was weiß ich. So, und den Stück brauche ich jetzt nochmal, oder wie, oder was? Moment mal. Besser ist es? Nein. Warte mal. Ah. Über die Lehne drüber. Nee, ist klar. Okay. Kerl auf Gefängnisschlüssel. Oh, jetzt wird's interessant. Hä? Ist das so was wie ein Zombie, oder was? Dass es die anderen ansteckt? Jetzt ist die auch so eh noch geworden. Oder hat das Vieh sich einfach verkleidet, oder? Hä? Scheiben. Scheiben. Scheibenkleister. Oh. Ho, 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 ho. Okay. Das war eine längere Verfolgungsjagd. Bin sogar durch das Loch gefolgt. Ich glaube, das wird immer anhänglicher als Vieh. Oder die Viehscher. Ob sie jetzt auch zu so eng geworden ist. Ha. So, ich speichere gleich erstmal. Mal sehen, was hier ist. Oh, nee, oder? Nee. Nee. Jetzt erstmal nicht. Na gut, ich muss den Müll durch. Ich will da aber nicht durch. Oh, meine Hände schwitzen. Hm, 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 hm. Besser zu? Ha. Na nun? Aha. Ich kritzle mir mal das mal schnell auf. So. So. Ein T mit einem Quadrat. So, das ist, glaube ich, ein M. Wie soll das da stehen? Und eine komische, umgedrehte 4. Oder eine 9, bei der da oben was fehlt. Oder was weiß ich. Eine umgedrehte 9. Bei der oben fehlt. Nee. Hä? Was? Okay, was soll mir das jetzt bringen? Wow. Das sieht eigentlich ein bisschen gruselig aus. Was soll das darstellen? Was soll das? Hä? Okay. Äh. Ich hab ehrlich gesagt, ein bisschen Schiss jetzt. Oh, ich fühl mich gar nicht wohl dabei jetzt. Aber was soll das sein? Ich hab keinen Schlüssel. Hm. Okay, gut. Hier kann ich mich verstecken. Ich dachte, da wäre jetzt was im Schrank drinne. Hm. Oh. Oh, cool. Hm? Ah, okay, 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 okay. Das sag ich doch. Flachkörper. Nee. Hallo? Also. Ach nee, ne. Wurde soll ich die Kombination diesmal kriegen? Kann ich dir verschieben? Nee, kann ich nicht. Hm. Merkwürdig. Anyways. Ich glaub, hier bin ich erstmal fertig. Also. Oh. Oh. Shit. So. Schock Okay, in dieser Kombination muss ich nochmal vielleicht Okay Wenn es Buchstaben sein, dann sieht das für mich aus wie Game oder Gumm Wie Game nur eben Irgendwie falsch Machen wir mal im nächsten Part weiter